Was geht, was geht, was geht ab, ihr eiserischen Shop-Fans damit. Moin, ihr bekommt mein neues Shop-Video hier auf YouTube. Sorry, dass es heute so spät geworden ist. Ich muss gerade noch einen Update runterladen und es kopieren. Ihr wisst ja, auf der Playstation dauert es kopieren immer so viele zehn Jahre. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hoffe, dass es bei der neuen Playstation 5 ist. Aber lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. Das würde mich echt sehr freuen. Ihr seht es auch, heute ist es echt spät. Ich entschuldige mich, ab morgen ist es dann ab 14 Uhr wieder on. Wenn ich Video setze, ist es 16.30 Uhr oder 17 Uhr. Es tut mir leid. Aber Hashtag Werbung an dieser Stelle und Credit-Accounts, die Kine nicht vergessen. Ähm, genau. Falls ihr zu Viva-Fort Hashtag Werbung oder falls ihr zu meinen sozialen Medien wollt, komm, folgt mir gerne mal auf Instagram oder auf TikTok. Dann lasst ihr gerne einen Follower da, deswegen kriegt ihr Werbung. Und wir haben heute auch was Seltenes. Und zwar, Pooh-Tis-E-Mode. Wenn man es gerade geschafft hat, von den Gegner zu den kommenden Mathe-Tanz. Dann Billy Bouncer. Dann Billy Bouncer. Dann Billy Bouncer ist auch mal wieder zurück. Hier, diesen Skin. Den Eis-Waffe-Skin ist auch mal wieder zurück. Und zwar nach, lass mich es gerade mal gucken. Wenn ich gerade mal gucken darf. Nach, zuletzt im Shop vor 349 Tagen. Ich kann natürlich auch gerne nochmal nachgucken, voll, aber brauche ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich sehe das Skin hier selten. Selten, dann gehen wir schon zur rechten Zeit, da haben wir einmal Sturm-Grupper, den Hängegleiter, Fass, Spitzöcke, Raptor und die weibliche Variante auch im Shop. Der Männchen hat auch zwei Stil, ja. Schimmer. Dann haben wir einmal den, ähm, Wettkampf-Skin, den man sich freischalten konnte. Und die Lackierung, die man sich auch freischalten konnte. Dann haben wir hier das Strahenschild. Und den Hängegleiter. Dann haben wir heute mal wieder zurück den Sniper-Skin. Grüße gehen an Sniper raus von Proplama. Da muss ich euch auch noch eine coole Kombi zeigen und zwar, hier. Das ist echt eine coole Kombi, die spiele ich auch ganz oft. Na gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Skin, echt meine, mit dem Video, lasst gerne ein Abos, Babo da und ein Like da, falls ihr neu seid. Das würde mich, die Nutschiffe, natürlich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, level schön in Battle Pass, damit ihr 120 werdet und bis dahin. Jetzt kommt's Outro aber davor. Siki, unterstütze ein Creator-Programm, nicht vergessen, ihn zu unterstützen. Viel Spaß beim Outro. Euer G-Fan. Tschüss. 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 Tschüss.